Halt, ich komme zurück zuerst wieder auf 3. Wir machen weiter. Ich hab den Schwierigkeitsgrab angehoben, wir haben jetzt auf, bin jetzt auf Meister. Ich wollte Qual machen, aber der Fahrer hat gesagt, nee, mach mal Meister. Wir machen Qual, wenn wir in Stu' 70 sind. Wir haben ein bisschen Herausforderung hier, ich verlieren ja nicht mal mein Leben. Also wo ich ganz vorne stehe. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ciao Toll ist in der Fall im Portal nicht Geht's jetzt hier weiter Hier drüben No Hier drüben Also nächste Portal machen wir auf Qual Die spielt halt immer noch als wenn die auch schwer oder sowas spielen Ja vielleicht Klar die halt ein bisschen mehr aus Aber irgendwann so Obwohl wir gerade auf dem Meisterling spielen Das ist ein bisschen mehr aus dem Meisterling von Kejistan lauern teuflische Hunde, die sich von Aas oder unvorsichtigen Reisenden ernähren. Meist ziehen sie in Rudeln umher und stürzen sich auf alles, was ihren Weg macht. Man sagt, ihre Dien sei so gewaltig, dass von ihrer Beute nicht einmal Knochen übrig bleiben. Das geht noch nicht. Das ist der Leib. Das geht noch nicht. Ich brauche mehr Zeit. Jo, schon vergessen, meinen Timer zu stellen. Egal. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Das geht noch nicht. Vulcatus, führt meine Hand. Doch nicht bereit. Verpisst euch mal. Ich muss in der Falle. Ich muss mal gucken, was habe ich denn hier alles jetzt bekommen. Ich muss noch nicht bereit sein. Ich muss noch nicht bereit sein. Ich bin mal gespannt, was ich hier für die Verteiligte habe. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin mal spieler. Ich bin einfach dazu. das geht noch nicht und he's coming nicht bereit mehr Wut auch ein Wut das geht noch nicht Schütz ich kehre in die Stadt zurück durch die da Das war's für heute. Das Blut. Welch eine tapfere Seele. Okay. Und wie ich sagen, weil der Band noch so kurz ist, hauen wir jetzt nochmal eben ein Kopfhörter hinterher. Also hier in Akt 1 machen wir das nochmal. Also fangen wir jetzt wieder vorne an quasi. Lass mal jetzt nicht von irgendwelchen Viechern auffallen und dann da zu Hause rangehen. Was hat diese mächtige Bestie getötet? Und das EP können wir den Kopfhörter viel schneller fahren, als wenn wir jetzt die ganzen Viecher... ...an oder auf Kämpfe einlassen. Ich tue jetzt einfach mal Wapenetdusch. Da sterben wir eh keiner, ey. Na, ist er auch schon. Alles klar, ich sterbe. Ich brauche mehr Zeit. Das gelbe Stacheldämon. Das gelbe Stacheldämon. Das gelbe. Noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Volkathos, führt meine Hand! Elektroshohohohohoh Gut, dann direkt weiter... Innenhof ELECTROTITER Zwei Kopfgelder in dem Level hier, lol Nee, stimmt nicht Ja doch, wir können hier miteinander verbinden, tata Niiiice Nee, hier geht's schon nicht mehr, guck Fein, hier ist eine Frage Gingling Meine Liebe verlichten euch Da läuft der Come in, we kill you, my friend Das geht noch nicht Ja gut, geht schnell Lass mal zurücklaufen, ob das dann wieder aufblockt Das ist für die andere Seite von dem Gemach Ja, tut's auch, aber unser aktuelles Kopfgeld gilt nur hier, weil wir hier in den Königischen Gemänschen sind Aber wir müssen, um den Boss zu besiegen, eh zog ins nördliche Hochland Also das ist egal, wenn wir das jetzt hier fahren Dann müssen wir eh nochmal in den Königischen Hofland die Boss kloppen, also Der Schuh will den Tod sagen, er ist nämlich im nördlichen Hofland Okay 5.000 Foul und sie dreht sich im Kreis Oh, Tobias Was denn? Guck mal links unten, da müsste bei dir so ein Briefsymbol blinken Öh, nein Toll Why? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Ich hab da sowas bekommen jetzt Okay Ich freue mich schon auf den Kampf Alter Das waren doch gerade eben schon drei Die blauen sind so nervt Das ist unfassbar Dann schrauben sie nur so ein Mist Ich brauche mehr Zeit Ich brauche noch nicht die die kleine Elefant bis Todessängern Sorge Teorin! Bei einem Goblin steht der rum. Du scheiß Goblin! Alter, jetzt bleib doch mal stehen, ey. Bleib die Füße. So. Jetzt hat der Theo den dran. Oof. Ja, ich will wieder weg. Oder Theo den. Oh, shit! Aua. Oof. Meine Tiere verlichten euch. Ah, der ist schon tot? Ja. Noch 20 Gegner. Aufmerksam. Oh, shit. Eine Ramze. Oh. Oh, was euerin Okay? Ich brauche mehr Zeit. Meine Hebe vernichten euch. Geht ja noch viel zu 70. Ein bisschen was noch. Magst du mal hier im Level drinnen bleiben? Ja, dass du hier noch 70 wirst. Machen wir jetzt eh noch den anderen beiden Kopfgelder. Ist doch jetzt egal. Boah, der Knapp. Oh, die schon, bitte. Oh, da kommt der Baum. Nein. Oh Gott. Ach, die Aranee. Nein. 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 Die halte ich gar nicht mehr an. Hä? Was? Für die Witter lief ich gar nicht mehr anhalten. Tja, muss sie aber. Ich habe die Kopfgelder. Die Karanee ist. Die kloppig. Ja. Das geht noch nicht. Ein würdiges Auffer. Das ist doch nicht bereit. Boah, der Knapp ist in die blauen Wiese. Alter, wenn ich genau da ist, geeinigt worden. Ey. Wie kann ich denn bitte eine Spinne zurückziehen? Wie kann ich eine Spinne eineisen? Das ist eh die Frage. Ey, Spider-Man. Jetzt ist genug. Das geht noch nicht. So, endlich Ruhe im Puff. Alter, als ob die ganze da hinten ist. Ich face jetzt durchs, mir ist egal. Komm mal aus dem Weg. Mir will das Planketier anhalten, ey. Bin eh keine P. Und da schützt es mal nicht. Hier, die Tour. Das ist richtig. Für 70. Hallo. Da kommt alle her. Alter, das kriege ich den 1,2 Erfolge. Ja, okay. Ich bin das erste Mal im Jahr 2370 geworden. Der Kletzler. Und drücke die Hölle rund. Noch nicht bereit. Oh nice, wir haben es geschafft. Den Spinnenviechern unendlich ist nicht. Ich wäre mir vor, die wären blau gewesen, Alter. Wenn wir morgen noch da sind. Das ist ja wieder. Taragon Stufe 2. Aha. Auf bei dir. Warum geht die nicht auf? Natürlich, die verbleiben in den Gegner. Nee, ist noch irgendwo jemand. Du. Da noch eine. Verstand. Mensch, auf. Die gelten noch hier nicht dazu. Die sind noch so toll. Das geht noch nicht. Ah, Akklusion. Ach, hier. Was macht die denn da unten? Man weiß es nicht. Blöde Fundel. Zeug, Zeug und nochmal Zeug. Ja, und schon toppen ziemlich neu ist es auch noch auf einmal. Na ja. Na doch, ich habe es noch nie so gute Schulden gehabt. War als anderes Mist, das Furcht. Gut, jetzt die Arne hier nicht kloppen. Moment. Arne. Ich möchte auf jeden Fall die Kinderblockade extrakten. Aber dafür müssen wir in Akt 5 nur ein Kopfgeld machen. Das können wir erst, wenn... Oh, ich sterbe. Oh, Alter. Ich bin geil. Ach, ganz ehrlich. Ich fick die Spinnung. Tschüss. Ah, geht ja nicht. Muss ich auch mit Telefonieren. Ach, nice. Ich bin mit der hier beschäftigend. Das geht noch nicht. Ach, bleibt doch einfach mal hier, ey. Ich bin mit der hier, die Kinder töten. Ich brauche mir Zeit. Ich bin mit der hier, äh, mit der hier, die Kinder töten. Also, da geht es. Oh, das geht nicht. Oh, da geht noch nicht. Nein, die geht mir da. Irgendwie habe ich mir das mit Cuda vorgestellt, mit der 70. So. Jetzt können wir eine große Nähe von deinem Potado machen. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Nehme ich doch das einfach mal. Was ist das? Da haben wir ein Attacken-Ende. So und jetzt haben wir noch ein Kopfgeld, ne? Ja, ich bin schon da. Ja, ich bin schon da. Ja. 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 Ich bin nicht bereit. Nicht genug Wut. Ich traue mir Zeit. Ja. 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 Ich traue mir die Elektrische. Ich traue mir. Hälfte gerabert dem Schwachen, aha. Das geht noch nicht. Ach, geh halt einfach. X-Vieh. Der Puno war mir ganz nett, ich mach den mal wieder rein. Möge euch, da ist Top-Trop. Ach, der Dreck ist von dir. Ja. Ich dachte, ich mach die durch Zufall irgendwie. Nö, musst dich enttäuschen. Du bist auch nicht bereit. Komm alles zu mir hier, ich möchte das Albani haben. Au. Ich muss die Bosse einfach anziehen. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Zerfetzt mit dem Eisblock. Alter, diese Attacken sind alle so Schrott, ey. Von dir. Das geht noch nicht. Nicht genug Wund. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin überlastet, übrigens. Überlastet. 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 Ach, da unten ist er ja. Die Macht schläft in dem toten Wesen. Wir können sie uns teilen. Ja? Ihr werdet helfen. Ich werde leben. Ihr werdet sterben. Ich fühlt mich mal gar nicht, dass der auf einmal wieder da ist und das Töne wird. Das geht noch nicht. Es gab sogar einen Erfolg, den zu knallen. Nice. So, endlich zurück in die Base. Ich kehre in die Stadt zurück. Ich muss zurückkehren. Ich muss zurückkehren. Dank euch ist die Welt jetzt ein wenig sicherer. Nehmt dies. Hier habt ihr alle Kopfgelder eingesammelt. Aber an anderen Orten erwarten euch noch mehr. Ich danke euch für euer Kommen. Ich hätte sonst die Tue nicht nennen können. Hier gibt es eine Menge Kopfgelder zu verdienen. So, jetzt erstmal den ganzen Shit wegräumen. Fuck this Shit, I'm out. Ach, nice. Das ist noch ein imperialer Rubin. Das ist so schick. Muss ich dir so anordnen. So, schauen wir mal was das schönste Talent ist. Oh, das ist ganz okay. Ganz okay. Ganz okay. Gibt mir geileres. So, jetzt erfangen wir mal den anderen Shit hier. So ein Blödsinn. Ach, das ist mir schon beim Diamantentypen. Aber ich habe auch was dabei gehabt für einen Diamantentypen. Einen Kunden lassen, bitteschön. So, das ist jetzt das Paragon-Menü. Falls ihr es nicht kennen solltet, wie kann ich die Punkte verteilen? Was haben wir denn hier schon? Der Eck ist wichtig. Das nehme ich auf jeden Fall. So. So, entschuldigt den Cut. Wir machen jetzt noch. Ja, Leben ist ganz gut. Boah, mach ich das denn auch mit mir zu, ey. Ja, ne? Wie kann ich das nur tun? So, bist du verteilt. War's so lustig? Nix, ich mein' gerade. Achso, du meinst nicht lustig, okay. So, Ring, Waffe, Rüstungsteil. Oder Rüstungsteil. Stu 70 machen wir mal eben. Ey, nur Shit. Das kann ich, ey, das kann ich. So. Hier ist nur Shit. Warum kann ich das nicht herstellen? Ah, da brauchst du die Kacke für. Was könnte ich denn gebrauchen? Ich könnte gebrauchen... Kopfschutz. Guck ich mal, vielleicht ist da was Gutes dabei. 70er Kopfschutz. Nee, nur gelbes Zeug. Ach. Wie wär's vielleicht da mit Armschienen? Hier gäbe's was. Das ist natürlich toll. Mein Verbündeter hat uns verlassen. Die Diener der Hölle werden schwächer. Dann vielleicht Gürtel. Nee, mit Gürtel hab ich schon geguckt. Da gab's nix Schades. Das, die könnten wir mal probieren, aber das wird eh nicht besser. Ich mach's jetzt trotzdem einfach für das... Und wenn wir gleich auf Qual 2 gehen. Äh, ich weiß nicht, ob das ratsam ist. I don't know. Wir können auch auf Qual 3 ziehen. Alter, da ist der Gürtel schlecht, den ich mir hier hergestellt hab, ey. Den kann ich gleich wieder wegtun. Ganz ehrlich, das ist eine volle Verschwendung von Materialien, ey. Schau euch den mal an. Wenn ich die Vitalität austausche, die Stärke, ist der nicht gut. Wenn ihr mal die anderen Werte anguckt. Die Abbe-Profi würde vielleicht jetzt was anderes sagen, aber... Ich tu den jetzt einfach für... Wer hat das mit egal. Dann hast du jetzt auf Qual 2 gestellt, oder was? Nee, 1. 1. I am the wonder one. 1. Warum sind wir in Akt 5? Was? Ich bin wahrscheinlich noch neu Trist am. Ich will das noch nicht sehen. Du hast doch als Abenteuermodus gemacht, oder? Ja. Gut. Ähm. Wollen wir eine Ringstufe 6, 70 machen. Ja. Da kommen wir nach Tristan, dann machen wir hier ein großes Näherleiter. Ach du Scheiße, da bin ich scheiße. Hier, guck mal. Geil. Ist ja noch nix rezeptmäßig, ey. Ich stehe da, mein Ring, ey. Reicht ja. Der ist Tatsache besser als der andere. Obwohl der an sich nicht gut ist, ey. Oh Mann, ich hab so kack Ringe. Relämm mich eigentlich gar nicht. Penisringe. Ah, hör, hör. Er zieht eine legendäre Eigenschaft mit Hille von Kanais Würfel. Tja, jetzt musst du das nämlich machen, was ich die ganze Zeit vorhabe. Aber ich kann die Scheiß an den Etappenzielen noch nicht sehen. Warum hat man mir das so dumm gemacht, dass du alles der Reihe nachmachen musst? Also, das gibt ja keinen Sinn. Guck mal, du kannst ja jetzt schon Etappe 3 Ziele machen. Ich hab jetzt schon, keine Ahnung, 6 von 11 Etappe 3 Zielen. Und deswegen kann ich nicht in die Etappe 3 reingucken. Ist doch deppig. Wenn du die Ziele schon machen kannst, warum kannst du da nicht reingucken? Ist doch deppig. Ja, ist doch, ist doch... Das würde ich in meinem... Würde ich in einem Spiel anders machen, wenn ich ein Dickler wäre. Aber gut. Schagt ja keiner. Gut, Leute, dann gibt es noch einen Part. Wir machen noch einen großen Neweilportal. Dann gehen wir an den Add-On. Ist der Plan. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. domains oder Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020